Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde Discord-Bots schreiben. Heute mit den Embeds nochmal. Ja, aus meiner Community, aus dem Discord-Server sind tatsächlich Rufe laut geworden. Bitte mach mal neu bzw. mach mal noch ergänzende Infos. Und ich werde jetzt hier dieses Video noch die alte Schreibweise verwenden. Was heißt alte Schreibweise? Ihr könnt das hier genauso machen. Mir persönlich ist es immer noch lieber mit Klassen zu arbeiten, aber ich weiß, manche von euch finden das nicht so geil. Deswegen werde ich euch nächstes Video, wo es dann auch um Discord-Bots geht, die andere Schreibweise zeigen, aber wir arbeiten jetzt dieses Mal noch mit dieser schönen übersichtlichen Klassenstruktur, wie ich das finde. Okay, was wollen wir machen? Nun zuerst einmal, hier unten stehen noch zwei Zeilen. Die werde ich jetzt extra hier unten lassen, die werdet ihr danach nicht mehr sehen, sonst muss ich jedes Mal mein Token auswechseln, wenn ich das Video hochlade. Das ist zu viel. Und heute soll es nochmal um die Embeds gehen. Das heißt, wir sagen hier tatsächlich, wir wollen einfach nur ein Embed erstellen. Und was ist ein Embed? Naja, ein Embed ist eine quasi spezielle Nachricht, die eigentlich nur richtig von Bots geschrieben werden kann und die halt mehr Informationen beinhalten kann. Das machen viele Bots tatsächlich mittlerweile, damit man eindeutig erkennen kann, ey, das ist eine Bot-Nachricht, mach hier rauf eben was Spezielles. Das heißt, meistens schreibt man eigentlich Embed-Nachrichten. Ich habe ja schon dazu ein Video gemacht, aber wir wollen das hier auch noch ein bisschen detaillierter machen. Also wir wollen es jetzt mal programmatisch noch machen. Und zwar, wir lassen das Ding einfach mal Embed heißen und wir importieren uns das, beziehungsweise machen uns das Objekt aus discord.embed. Hier können wir dann angeben, welche Variablen wir hier angeben wollen. Das heißt, erstmal Title ist vielleicht ganz sinnvoll. Das wäre dann unser Titel, offensichtlich. Das Zweite, was wir reinpacken können, ist die Description. Ich schreibe jetzt hier tatsächlich einfach nur mal die Sachen hin, damit wir nachher schön eindeutig auseinanderlesen können, was quasi was ist, damit ihr wisst, wo eigentlich was steht. So, wichtig ist, ein Embed kann auch eine Farbe haben. Und achtet hier darauf, ihr könnt die englische Schreibweise in zwei Varianten verwenden. Einmal diese amerikanische Schreibweise mit Color, also mit O, und einmal die britische mit Color, also mit O, U. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt eigentlich. Und hier bitte nicht irgendwie komische Faxen machen oder sowas, sondern ihr könnt hier ganz einfach hexadezimal diese Farbe angeben. Das heißt, 0x, dann der R, dann der G und dann der B-Anteil. Also RGB-Farben kennt man einigermaßen. Rotanteil, Grünanteil, Blauanteil. Das ist immer als Buchstaben, also hexadezimal angegeben, von 0 bis F. Das heißt, wir können maximal sagen, weil es immer zwei Buchstaben sind, F, F, und mindestens können wir sagen 0, 0. Das wäre maximales Rot, weil wir gerade beim Rotanteil sind. Dann kommt maximales Grün, dann kommt maximales Blau. Und mit diesem maximal alles haben wir Weiß. Wenn wir alles ausschalten, sind das sechs Stück, das sind sechs Stück, haben wir Schwarz. Das heißt, ihr könnt euch hier aussuchen, welche Farbe ihr wollt. Und wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, Rot, Grün lassen wir aus und Blau machen wir an, dann müssten wir sowas Rot-Blau, also eigentlich so Lilanes kriegen oder so, ja, Helllila. Genau, so, dann können wir, also ist eigentlich schon fast rosa wahrscheinlich dann, dann können wir hierher gehen und noch eine Zeit angeben. Und die Zeit geben wir einem mit Timestamp ist gleich datetime.datetime.utcnow. Und das wäre das jetzt. Ihr könnt natürlich jede UTC-Timestamp angeben, aber achtet immer darauf, dass UTC-Timestamps ein bisschen seltsames Format haben. Lass mich das kurz illustrieren. So sieht datetime.datetime.utcnow direkt in Python aus. Das heißt, wir haben hier zuerst das Jahr, dann den Tag, beziehungsweise Monat, Tag, Uhrzeit und dann hier hinten dran die Millisekunden. Und das heißt, ihr seht, wie früh laut die UTC-Timestamp gerade bei mir noch ist. Aber tatsächlich kann man damit auch sehr schön rumrechnen. Ihr findet ein Video zu den ganzen Datetime-Sachen in meiner Python-Playlist. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich werde die auch am Ende dann noch verlinken. So, dann haben wir hier eigentlich schon alles, was wir haben. Und jetzt sagen wir einfach mal direkt, wir wollen das Embed bitte einfach nur senden. Das heißt, wir wollen sozusagen einfach die Nachricht senden. Wir werden gleich feststellen, was wir hier alles noch machen können. Und zwar Await muss man natürlich immer vorne dran machen. Wir posten das einfach, wenn eine Nachricht gesendet wird, genau in diesen Channel rein. Ihr könnt selbstverständlich auch im Vorfeld sagen, ich suche mir einen Channel aus. Das haben wir hier auch schon gemacht. Und poste die Nachricht da rein. Also Channel.Send.Embed ist gleich Embed. Ups, das Plus sollte natürlich nicht da sein. So, wir starten das ganze Ding mal. Und wir sehen, dass wir nichts sehen. Jetzt ist es soweit. Okay, wenn ich jetzt hier was, äh, ups, wenn ich hier was reinschreibe. Sorry, ich muss das ganz kurz zurechtziehen, damit ich hier schön hin und her switchen kann. Wenn ich hier was reinschreibe, zum Beispiel Test, dann kommt von meinem Embed theoretisch die Antwort oder von meinem Bot theoretisch die Embed-Nachricht. Und ihr kennt diese Nachrichten vielleicht mittlerweile, ähm, wie die aussehen. Das heißt, wir haben hier den Titel, dann haben wir die Beschreibung und dann haben wir die Uhrzeit. Und die Farbe sehen wir hier an der linken Seite. Also was, äh, Rot-Blau-Mischmasch ist eigentlich eher so ein Rosa, weil wir so stark angemacht haben. Mir gefällt die Farbe nicht ganz so sehr. Ich glaube, ich mache hier mal auf, äh, auf AA und hier auf BB. Und dann, ja, starten wir das Ganze einfach nochmal ganz kurz neu. So, machen hier einen Test. Okay, das war zu früh, ne? Nee, war nicht zu früh. Ah, doch, es schaut an. Es ist eine andere Farbe. Ja, es ist ein bisschen dunkler. Das ist ganz schön eigentlich soweit. Okay, ähm, und was wir jetzt hier haben, ist eigentlich nur eine relativ leere Nachricht. Da steht ja noch nichts drin. Und deswegen haben wir bei einem Embed die Möglichkeiten, ähm, Felder hinzuzufügen. Das bedeutet, wir können hier sagen, okay, mach mal bitte Felder dazu, in denen tatsächlich Inhalt steht. Das heißt, Embed.set, äh, Quatsch, .addField, sorry, zu den Settern kommen wir gleich noch. AddField und hier kann ich jetzt auch wieder Sachen reinmachen. Also zum Beispiel der Name, ähm, ist Field1Name. Jetzt erstmal, damit wir sehen, was passiert. Dann haben wir den Value, ähm, Value1, äh, Field1Value. Und dann haben wir noch, ähm, die Möglichkeit, Inline gleich True zu machen oder auch False zu machen. Dazu kommen wir sofort. So, wir starten jetzt einmal ganz kurz neu und gucken uns an, wie das Ganze mit einem Feld aussieht. Und schreiben hier einfach mal kurz, ja, Test, sollte man schon noch schreiben können. So, so sieht das Ganze aus. Also, Field1Name, das ist quasi die erste Nachricht sozusagen, dann haben wir hier Field1Value. Und achtet darauf, das ganze Ding ist sogenannt Inline. Wenn ich jetzt hier Inline auf False setze, dann werden wir gleich, äh, erstaunt sein, was passiert. Na, komm schon. Jetzt, okay. Test, so. Und wir sehen, äh, oh, es hat sich ja gar nichts geändert. War ja gar nicht abzusehen. Nein, Spaß. Hier geht es darum, wie die Sachen mit mehreren Feldern aussehen. Ich mache mal hier kurz noch zwei weitere. Ihr könnt bis zu 25 Felder oder sowas haben, also wirklich viele. Dann sagen wir hier mal Field2Value, Field3Value dazu. Und starten das nochmal neu. Achtet darauf, bei allen ist Inline auf False gesetzt, okay? Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier zwei Felder mit Inline False haben, sieht das Ganze, äh, drei Felder mit Inline False, sieht das Ganze so aus. Field1Name, Field1Value, Field2Name, Field2Value. Relativ konservativ, relativ langweilig. Ähm, und in dem Fall kann man hier auch einfach hergehen und sagen, Inline, sagen wir mal True dazu. Achtung, nur bei den ersten beiden. Bei dem dritten nicht in diesem Fall. Okay, und das sieht dann so aus. Da haben wir nämlich Field1 und Field2 nebeneinander, wenn sie nebeneinander passen. Und das ist das Besondere eben, wenn ihr Inline eben auf False setzt, dann braucht es eine neue Zeile, braucht es quasi für sich selber. Während, wenn ihr Inline auf True setzt, dann können da mehrere nebeneinander angezeigt werden. Kommen natürlich immer darauf an, wie viel Platz, aber es ist zumindest mal möglich. Okay, jetzt haben wir aber noch viel, viel mehr Optionen hierbei. Und ihr kennt wahrscheinlich Embeds, die sehen nicht unbedingt immer so langweilig aus. Wir können hier nämlich auch noch Embeds mit Bildern versehen. Das heißt SetImage. Und unser SetImage macht folgendes mit uns. Ich nehme jetzt hier tatsächlich mal eins von den Bildern von meiner Website. Wobei die gerade überarbeitet wird, so nebenbei. Und das heißt, ihr werdet vielleicht eine andere Website sehen, je nachdem, wann ihr das Video hier guckt. So, seht dann. Na komm. Sieht dann so aus. Boom. Das ist quasi unser Image. Das ist quasi das Image, was wir einfach hier unten drin haben. Achtung, das ist ein anderes Image, wie wenn wir sagen, wir wollen ein Thumbnail setzen. Das heißt, wenn ich das hier jetzt mal ändere. SetThumbnail. Und ich lasse am besten direkt mal SetImage weg. Dann seht ihr direkt den Unterschied besonders. Achtet darauf. Das ist SetImage. Und SetThumbnail sieht so aus. Also das ist quasi hier oben dieses kleine Ding. Und ihr seht auch, das Embed wird breiter, wenn es irgendwie breiter werden muss. Aber ich glaube, breiter als so wird es nie. Und dementsprechend sind die Fields auch ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Platz. Während bei dem Thumbnail haben wir hier so ein kleines Bild hier oben. Und unten ist halt nichts. Also ihr könnt natürlich beides machen. Das ist logisch. Wenn ihr das wollt. So, dann haben wir aber trotzdem noch die Möglichkeit, sowas wie einen Auto anzugeben und einen Footer anzugeben. Das kennt ihr vielleicht, so eine Fußnote anzugeben. Und zwar mit Embed.setFooter. Embed.setFooter sagt uns im Endeffekt, Text können wir setzen. Das wäre in unserem Fall der Footer, damit wir wissen, was es ist. Und wir können hier natürlich die Icon-URL angeben. Und hier habe ich mal ein Icon rausgesucht von Discord selber. Also nicht wundern, das Icon ist einfach nur ein PNG-Bild. Ja, ihr könnt hier jedes Icon verwenden, das ihr verwenden wollt. Ihr könnt auch das Morpheus, wobei, nee, das könnt ihr nicht verwenden, das darf ich verwenden. Aber ihr könnt da jedes Icon verwenden, was im Internet hochgeladen ist. Ihr könnt allerdings kein Icon verwenden, das nicht im Internet ist. Genauso mit den Bildern hier. Es gibt nur die Möglichkeit, aktuell zumindest das Ganze über eine URL zu verwenden. Ja, wie sieht das aus? Probieren wir es einfach mal. Und es sieht so aus. Dann sehen wir hier, das ist der Footer. Also hier unten, das ist das Icon. Das ist der Text des Footers. Hier wird automatisch noch die Zeit reingepackt. Das ist quasi davor einfach nur so lose hier beigestanden. Also sozusagen, jetzt haben wir eine richtige Footer-Nachricht. Deswegen würde ich euch auch eigentlich immer empfehlen, ein Footer reinzupacken, wenn es irgendwie Sinn macht. Weil ihr dann eben noch ein Logo reinpacken könnt. Ihr könnt eine kleine Nachricht reinpacken, zum Beispiel was es ist. Und ihr könnt hier sagen, die Zeit wird einfach direkt hier auch reingepackt. In unserem Fall haben wir jetzt beide Bilder drin. Aber das liegt einfach daran, dass ich eben hier beides drin gelassen habe, damit ihr auch wisst, was hier eigentlich passiert. So. Und das Letzte, was wir noch machen können, ist, wir können den Autor setzen. Das heißt, wir können sagen, embed.setAuthor. Und wir wollen hier den Namen reinschreiben. In dem Fall wäre das Morpheus. Und dann haben wir selbstverständlich noch die... Äh, Quatsch. Das meine ich natürlich nicht, sorry. Ich meine natürlich hier das Ganze so zu machen. Und dann können wir eine URL reinpacken. URL ist gleich, äh, H, Ups, H, T, T, P, S, Doppelpunkt, Slash, Slash, The, Minus, Morpheus, Punkt, ja, Himmelswillen, Punkt, De. Und wir können selbstverständlich noch ein Icon reinpacken. Hier bin ich aber eine faule Sau. Es ist nicht mein Icon. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es meins, so für dieses Video. Und mir quasi noch ein Icon verpassen. Normalerweise würde ich jetzt hier natürlich mein Morpheus-Icon nehmen. Aber das sieht dann so aus. Und das ist eine vollständige Nachricht. Also ihr seht es hier oben. Das ist quasi der Autor. Der ist sogar mit Link dabei. Hier haben wir, ähm, das Icon des Autors. Hier unten können wir das Icon des Posts festlegen. Hier können wir den Footer festlegen. Die Uhrzeit können wir festlegen. Hier die beiden Bilder. Das ist das Fundnail. Hier kann man groß machen. Das ist das normale Bild. Kann man auch groß machen. Und hier, äh, Titel, Beschreibung und die einzelnen Werte des Feldes. Und ihr könnt ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Werte festlegen. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr eben nicht über eine maximale Anzahl an Buchstaben kommt. Das heißt, ihr solltet das Ganze so oder so auf jeden Fall testen. Ist klar. Aber, ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was ihr mit Embeds machen könnt. Und wie ihr jetzt schon erraten habt, wahrscheinlich wird es hier noch weitergehen in der Tutorial-Reihe. Weil, wie gesagt, von euch Wünsche an mich rankamen. Und, ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es so lange gedauert hat. Schreibt mir gerne, wenn euch noch irgendwas fehlt nach dieser Reihe. Wenn wir hier an einem gewissen Punkt angekommen sind. Schreibt mir generell, wenn euch irgendwas fehlt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.